Musik Unter Mild Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir Leute ihr habt es gerade gesehen Ich denke jeder weiß auch worum es jetzt wieder geht Was ich wieder anfangen möchte Und ja natürlich erstmal noch die Stream-Ankündigung Ganz natürlich hier am Dienstag Leute wer am Dienstag nicht mit dabei ist Der verpasst wahrscheinlich so einigen Das wird nämlich das größte Wirklich das größte Top-Prospects-Opening Was ich jemals hier bisher gemacht habe Es wird absolut krank Ich habe 16 Punkte dann zusammengespart an den Splitter Und ich habe auch Ich glaube ganz viele Top-Token-Punkte Ich glaube 500 werde ich dann haben Oder habe ich schon Also es wird krank Ich werde mir hiervon noch mehr kaufen Ich habe dann vielleicht 600 Talentfahrt Werden wir vielleicht auch schon die nächsten Skill-Boosts abholen Und wir werden einfach so krass viel öffnen können Es wird das größte Pack-Opening Was ich jemals hier im Top-Talente-Event gemacht habe Also Leute seid dabei Dienstag Dienstag wirklich Leute Dienstag 17 Uhr Ohne Ja wird leider wieder ohne Live-Event sein Aber trotzdem Leute Seid einfach am Start Es wird so geil Und wir werden auch so Ich weiß nicht Dienstag ist das Spiel noch da Wenn es noch da ist Dann werden wir das auch spielen Ich habe bisher auch schon zweimal diesen 89er gezogen Zweimal diesen Chinesen glaube ich ist das Oder No Front jetzt an ihn Ja doch Chinesen Okay Falls ich jetzt ein Japaner wäre Dann natürlich No Front Und Leute das hätte ich fast vergessen Aber Leute Das ist auch zu wild Ich kann nämlich dann noch mega viele Also ich glaube zwei Meilensteine öffnen Leute ist das wild Oder ist das wild Hier einmal den 90 plus Spieler Und dann kriege ich hier nämlich auch nochmal Einen 90 plus Spieler Ich hoffe einfach ihr seid alle am Start Am Dienstag Es ist zu wild Es wird zu wild Auf jeden Fall schon mal 92 plus Spieler safe Und dann werde ich auch auf jeden Fall Bestimmt nochmal eine Top-Token-Kiste Mindestens 91 plus Spieler noch ziehen Und dann noch mit den ganzen Splittern Ey Leute was da alles abgehen wird Ich freue mich so einfach mega Ich hoffe ihr freut euch auch Ja aber Leute ihr habt es schon gemerkt Ihr habt es im Titel gelesen Ihr habt es im Intro gesehen Leute es geht um das Tor der Woche Und ich möchte mich wirklich bei euch Entschuldigen dafür Dass es so lange keine Tore der Woche gab Und dafür könnt ihr jetzt hier live In Farbe und in voller Länge Nochmal ein paar richtig schöne Tore sehen Die ich geschossen habe Und ja Leute gönnt es euch einfach Ich werde noch mal mit der letzten με Ich werde es schon mal gehnter 好 Ich kann ja Leute Ich kann ja Leute Dannach Ich darf es noch Ich kann ja thirty kach Ich kann ja owner Ich kann ja Eезде Ja Ich kann ja Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Es ist mega nice. Ich freue mich eigentlich jetzt schon immer drauf, jeden Sonntag das Tor der Woche mit reinzubringen in die Folge. Also Leute, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bin jetzt für heute raus. Wir sehen uns am Dienstag wieder und ich hoffe, ich sehe euch alle dann im Livestream. Das wird mega nice. Also wirklich dieses Opening, das könnte in die Geschichtsbücher auch mit eingehen, wenn wir wieder Packlack hätten. Aber ich würde jetzt auch an dieser Stelle erstmal sagen, bis zum nächsten Mal und Tschüss.